So jetzt hier die neuen Schuss von Xplode die XS. Kleine Seite. So jetzt geht weiter mit der Rapp. Auch wieder einen neuen Schuss. So jetzt gehts ja weiter mit der Proton. Diesmal werden wir besser gesichert. Auf dem jetzt der umgefallen ist. Und jetzt gehts los. So 2 bis 3 Euro. Kann man die mitnehmen. So und jetzt als letztes. Die Lowrider von Xplode. Mal schauen ob die noch überträgen kann. Viel Spaß. Die sind ja auf jeden Fall wert. Das Ganze ist ja auf jeden Fall. Bist du eine auf jeden Fall? Damit du so. So oder das. Doorslage. So? So. So.